Das war ja eben unglaublich, Herr Stumpf. Im Hintergrund die ganzen Fans, die richtig Alarm machen. Sind Sie das auch so gewohnt? Ist das immer so? Ach nein, ich suche das nicht, aber ich genieße es natürlich. Weil wenn ich hierher komme, dann kriege ich so viel Feedback von den Leuten zurück. Das ist so schön. Das ist schon der halbe Miete für den Abend. Ihr könnt gleich wieder gehen. Das reicht eigentlich schon. Das ist so schön, wenn ich die strahlenden Gesichter sehe. Keiner zeigt mit dem Finger auf mich, sondern winkt. Hallo, ich komme gleich. Was war denn das schönste Kompliment, was Sie je bekommen haben? Ich wäre sehr unauffällig gekleidet heute Abend, haben Sie gesagt. Das finde ich ja schön. Passt doch zu mir. Ja, super. Da gehe ich jetzt so ganz unauffällig weiter. Ganz unauffällig. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.